Die Inflation erreicht mit 10,7% einen Höchstwert. Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Wir blicken zunächst auf die Zeitreihe der Inflation. Sie können das hier entsprechend sehen. 10,7% das die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat. Wir sehen die Kerninflationsrate in blau. Das ist natürlich auch ein wichtiger Indikator, wenn man hier die schwankungsreichen Komponenten exkludiert und insbesondere das Thema Energie spielt in der Eurozone eine besondere Rolle. Wenn man das im Detail betrachtet, dann können wir das hier entsprechend aufgeschlüsselt nachvollziehen. Wir sehen hier eben den Gesamtindex HVPI. Das steht für die Harmonisierten Verbraucherpreisindex. Wir sehen das Thema Energie hier als Riesenthema und daher sehen wir das, was wir auch bei den Produzentenpreisen bereits hatten, dass wir die hohen Raten haben auf der Topline-Ebene, aber dass auf der Energiepreiskomponente, wenn man diese bereinigt, dann lagen auch die Produzentenpreise bei nur 14% und waren den vierten Monat in Folge rückläufig. Also von daher die Differenzierung bei der Inflation. Woher kommen die entsprechenden Beiträge? Die wird wichtiger denn je werden auch die Diskussionen darüber, dass speziell im Vergleich zu den USA die Inflationstreiber anders sind, weil in den USA natürlich die Energiepreiskomponente nicht diese große Rolle spielt, wie hier in Europa aufgrund des Krieges. Und dann wiederum die Differenzierung, was ist angebotsseitig relevant, was ist nachfrageseitig relevant, was kann eigentlich die Geldpolitik überhaupt bremsen? Natürlich tendenziell eher, natürlich kann sie die Nachfrage bremsen, aber nicht das Angebot erhöhen und dann wiederum die Auswirkungen auf die Geldpolitik. Das werden, so glauben wir, die Diskussionen und die Punkte sein, auf die die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit fokussieren. Wenn wir uns die Inflationserwartungen anschauen, wie man sie aus Kapitalmarktpreisen ablesen kann, dann sehen Sie das hier in dunkelblau, das Ganze für die USA, in türkisblau das Ganze für die Eurozone. Sie sehen, dass wir hier von den Höchstwerten etwas zurückgekommen sind, aber auch das muss klar sein, das sind natürlich nur Indikatoren, die können natürlich falsch sein, wir können eine negative Überraschungskomponente erleben und vor allem, wenn es um die Kapitalanlage geht, stellt sich ja die Frage, mit welchen Vermögensklassen kann ich denn die Inflationsrate kompensieren? Nicht heute, sondern über den Lauf der nächsten drei bis fünf Jahre. Und wir haben Ihnen dazu den ÜPOS Inflationscheck wieder mitgebracht, da nehmen wir einmal im Monat die Inflationsrate nach der Lesart des Statistischen Bundesamtes. Das ist immer eine kleine Abweichung zu der Berechnungslogik, wie man sie für europäische Vergleichszwecke erstellt. Und da sehen Sie dann eben auch, dass wir die Renditen bereinigen, um die Abgeltungssteuer, Kontogut haben noch die Null. Das wird sich aber jetzt zunehmend verbessern, weil Geld ist für die Banken wieder attraktiv geworden. Deswegen sehen wir hier entsprechend Zinsen. Staatsanleihen Deutschland 1,34%, Eurozone-Staatsanleihen 2%, Unternehmensanleihen 2,8% und auch hier dann die Hochzinsanleihen 6,3%. Aber Sie sehen, selbst wenn Sie die Hochzinsanleihen nehmen, nach Abgeltungssteuer, die Differenz zur aktuellen Inflationsrate ist hoch. Anleger sollten nicht versuchen, die Inflationsrate kurzfristig mit ihren Kapitalanlagen zu kompensieren, sondern die Frage, die man sich stellen muss, was muss ich heute tun, welche Weichen muss ich stellen, um beispielsweise in drei, in fünf Jahren zurückzuschauen und dann im Durchschnitt einen Ertrag erzielt zu haben, der im Optimalfall oberhalb der Inflationsrate liegt. Ich denke, das ist die wesentliche Botschaft, nicht jetzt in Aktionismus verfallen, sondern die Finanzplanung ansetzen, die Vermögensbilanz erstellen, die Vermögensstrukturbetrachtung vornehmen und überlegen, welche Teile meines Vermögens sollen welche Charakteristika haben. Und da sehen wir im aktuellen Umfeld nach dem sehr schwachen Kapitalmarktjahr 2022 in vielen Fällen aktuell bessere Chance-Risiko-Verhältnisse als in den letzten fünf Jahren. Insbesondere der Anleihmarkt scheint bereits besonders viel von dem eingepreist zu haben, was wir hier an Zinserhöhungstendenzen bereits gesehen haben. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich darf Ihnen einen schönen Tag wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.